So, hier würde Balkon hinkommen sowieso, das heißt, das kann ich erst nochmal weg machen. Balkon würde doppelt kommen. Genau, überm Eingang, so ist es richtig. Dann muss ich jetzt eh nochmal zurück einmal das Glas holen und dann brauchen wir eine Menge. Oh, ich hab mir... Ich hab ne schöne Aufnahme vor mir, Leute. Ich freu mich. Ich darf Dach bauen, meine wirklich meine Lieblingsaufgabe. Okay. So, das dürfte fertig sein. Dann nehme ich mal die Hälfte. Huch. Das reicht nämlich, dann können wir das Glas, können wir vielleicht später noch gebrauchen. Das würde ich dann eben mitnehmen, den brauchen wir erstmal nicht. Die kann man mitnehmen. Und wir brauchen... Haben wir jetzt hier einfach das Cobblestone gemacht, ja, ne? Das heißt, wir brauchen Cobblestone. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir doch welchen geholt hatten. Für die Brücke hatten wir den da wirklich komplett verbraucht. Ah, ne, guck mal, hier hab ich noch welchen. Aber hab ich hier irgendwo noch... Nee, ne? Ja, können wir schon komplett draus machen. Werden wir nämlich brauchen. Hab ich hier irgendwo noch Erde zum Hochbauen? Nehme ich mal die jetzt mit. Können wir uns mit der hochbauen. Jetzt schon wieder dunkel. Ja, gleich. Okay, nicht so geil. Wir können schon mal den Anfang fürs Dach machen. Einfach damit wir schon mal prob wissen, wie das am Ende auszusehen hat. So, also, hier kommt der erste ja drauf, ne? Genau, dann kann man nämlich... Dann kann man schon mal... Oh, jetzt fängt es ja noch an zu regnen. Mein Dach wird nass. Das gefällt mir ja gar nicht. Zack. Zack. Einen muss es ja überstehen. So, denn das Ganze wird insofern tricky. Weil wir dann natürlich schauen müssen am Ende. Ich mach mal eben das hier schon mal im Voraus. Dann ist es nämlich leichter, den Spaß hier anzubringen. Dann kann ich das so schön smooth machen. Nice. Wow. Amazing. So. Kann ich runterfallen, bitte? Okay. So. Okay. Na, das war klar, dass was passieren wird, weil ich zu weit zur Seite geguckt hab. Deswegen ist es immer schlauer, erst schon unten eine Reihe Bäume an... Bäume, sag ich schon. Holz anzubringen. So. Kurz ins Haierbettchen. Wir könnten natürlich auch einfach mal ein Bett mitnehmen. Dann kann ich immer direkt schlafen. Man muss das nicht hier zu Hause machen. Aber mein Gott, was soll's. Was soll's. So. Ich hoffe, es hört auf zu regnen. Das wäre sehr schön. Sieht gut aus. Perfekt. Guck mal, sieht schon aus, als wären wir voll weit. Aber wir haben nicht mal ein Viertel. Aber was ich machen kann... Ist das direkt schon so, dann ist das direkt schon mal richtig. Oh ja, wir werden eine Menge Cobblestone noch brauchen. Aber wir haben ja unseren Krater da hinten jetzt, ne? So, und hier müssen wir dann wieder überlegen, wie wir das machen. Das hier ist ja quasi die Höhe, die wir wollen. Das heißt, bis hierhin würden wir es zuklatschen. Das kostet uns jetzt natürlich Holz, aber was willst du machen? So ist das Leben. Holz brauchen wir sowieso auch noch. Nein, wir haben jetzt schon keins mehr. Oh je. Dann würde ich sagen... Wir müssen uns gleich mal auf Ressourcentour. Dann würde ich nämlich erstmal Ressourcen holen. Räume hole ich jetzt hier schnell noch eins, zwei. Dass ich wenigstens das da gerade noch fertig machen kann. Dafür bräuchte ich Rucksäcke, leere Rucksäcke. Leere Rucksäcke und dann wird eine Menge Cobblestone geholt und so ein Zeug. Aus unserem Krater hinten. So, dicht noch. Machen wir das gleich. Dann gehen wir gleich richtig. Das hängt hier alles irgendwie noch an irgendwas fest. Aha. Da muss ich euch leider alle fällen. Denn ihr hängt aneinander. So. Hallo Kuh, ich habe dir ein bisschen Licht geschaffen. Bist du mir dankbar? Ich bin unsicher. Dann mache ich den da auch noch mit. So, ich lasse hier erstmal noch ein bisschen Lichtung. Hier wachsen ja gleich unsere Zuchtbäume, die wir dann danach abholzen können. Ich will nur kurz einfach der Ordnung halber. Das hier noch zu Ende machen. Ich will das hier noch zu Ende machen. Ach ne, guck mal, das ist sogar falsch. Das kommt ja logischerweise bis außen hin. So. Natürlich. So. Das hier wird dann Dach. So, lasse ich das jetzt erstmal. Und dann würde ich mal eben all meine Sachen wegbringen. Kurz nochmal neue Ausrüstung machen. Denn die Spitzhacke und die Axt sind gleich finito. Dann würde ich den ganzen Spaß mal kurz irgendwo reinpacken. Habe ich denn irgendwo Platz? Hm, sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich muss mal eine Kiste bauen. Am besten dann noch eine Doppelkiste hier hoch. Platzieren wir einfach mal schnell hier und packen mal alles rein. Was wir jetzt gerade nicht brauchen. Wir brauchen unser Trinken, wir brauchen Essen, wir brauchen Stöcke. Eine Werkbank nimmt man auch immer sicherheitsweise mal mit. So, wo sind unsere Rucksäcke? Ja. So. Aus dem Rucksack hole ich einmal alles raus. Zack, 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 zack. Schauen wir mal Platz mal. Mal gucken, mal da wäre noch Sand gewesen. Tja. Da wäre noch Sand gewesen. Weil wir brauchen noch viel mehr Kisten. Ups, nee, die möchte ich wieder mitnehmen. Wir brauchen noch viel mehr Kisten. Das ist doch beschissen. Das ist doch beschissen. Eins, zwei, eins, zwei. Und ballern wir jetzt hier alles voll mit Kisten. Wow. Wunderschön. Das ist wirklich reizend. So, der ist komplett leer. Das Holz behalte ich mal noch. So, zack. Dann tauschen wir den einmal. Hier haben wir den ganzen Kram drin. Ich erinnere mich. Ach Mann, warum packe ich die denn als weg? Ach, das wird so ein Spaß, das alles zu sortieren irgendwann. Ah, wir haben schon echt viel nice and shit eigentlich. Boah, das ist ja auch nochmal voll viel Sand. Okay, krass. Dann benutze ich die, ja doch, die kann ich eigentlich gerade benutzen. Holz hat man sicherheitsweise immer lieber dabei. Wobei, nee, ganz ehrlich, das kann ich mir holen. Den Platz brauche ich nicht. Dann würde ich kurz nach dem Eisen schauen. Eisen, Eisen, Eisen. Und hier noch mal eine Spitzhacke und eine Axt bauen. Ja, so. Die Eisen lasse ich hier. Die Rucksäcke sind beide komplett leer. Perfekt. Dann trinke ich nochmal was und gucke, wie es um die Uhrzeit steht. Ist ja natürlich schon smarter, erst morgens loszugehen, ne? Muss ich ja leider mal sagen. Das wäre schon echt schlauer. So, was machen wir mit diesem ganzen Mohn? Ich weiß es ehrlich nicht. Hier, Pflanzen. Wow, ist das schön. Man kann damit irgendwas machen. Ihr habt mir das in den Kommentaren erklärt, aber... Natürlich habe ich es vergessen. Was ich auch vergessen habe, ist Screenshots machen. Ich mache jetzt mal eben einen hier. Für die aktuelle Folge. So, den Kackstift da will ich nämlich ungern mit drauf haben. Wobei, ganz ehrlich, der Kackstift gehört dazu. So. Und für die Folge von eben, wo ich es vergessen habe, würde ich einfach einen hier im Wald machen, weil da haben wir die ganze Zeit Holz gepflanzt und abgebaut. So kann man da eigentlich... Kann man eigentlich hier einen schönen Screenshot vom Wald machen. Gehen wir mal hier ans Ufer. Oder so vielleicht. Das ist doch wunderschön hier. Herrlich. Moment. So. Hier mit dem Blümchen noch drauf. Perfekt. Gut. Da muss ich jetzt dran denken, dass ich Screenshots machen muss. Dann warten wir eben noch, dass es Nacht wird, damit ich schlafen gehen kann. Und in der Zeit kann ich die schon mal abholzen. Dann geht die Axt auch gleich kaputt. So. Hallo. Habe ich doch gesagt, die geht kaputt. So. Und dann können wir direkt anfangen, in unseren einen Rucksack Baumsachen reinzupacken. Und dann in den anderen packen wir Cobblestone und so rein. Was man halt noch so als Nebenprodukte beim Cobblestone-Farmen bekommt. Und niemals braucht. Muss mal gucken, ob wir unser Ding noch finden. Aber ich glaube, ich hatte einen Marker gemacht, ne? Bin ich dumm. Warum nehme ich den Baum nicht mit? Der muss gerade gewachsen sein. So. Ich könnte natürlich schon wieder neue pflanzen hier. Ich denke, ich kann mich an den gleichen Spots einfach wieder pflanzen. Smart, oder? So. Die verballere ich hier alle. Die können dann... Wobei, ich weiß nicht, ob die in der Zeit wachsen, wo ich weg bin. Ich glaube nicht, weil ich außerhalb des Bioms dann bin. So. Dann können wir den einen Rucksack schon mal öffnen. Und dann packen wir schon mal das Holz rein. Die Stöcke rein. Und die Äpfel. Perfekt. Und ich gehe mir noch ein paar Glasflaschen voll machen. Das ist, glaube ich, smart. Und, ähm... Ansonsten... Brauche ich eigentlich nix. Huch. Wo habe ich meine Glasflaschen hin? Hier habe ich 13. Da habe ich ein paar wenig. Hier habe ich nochmal 14. Das kommt aber... Doch, gibt das 64? Keine Ahnung, ich kann keine Mathe. Ich hoffe, ihr löst euch nicht in Luft auf. Dieser Bug ist nämlich sehr unangenehm. 62, das heißt, zwei Stück fehlen mir noch. Da waren sie, ne? Eins, zwei. So, machen wir die Stadt auch noch voll. Dann haben wir unseren Stack. Perfekt. Dann haue ich mich in die Falle. Trinke einen Schluck. Und breche auf. So. Kann ich gar nicht nur einmal trinken. Und einmal essen. So. Und dann müssten wir alles haben. Jo. Das war hier, ne? Da ist es. Ich will mich nicht hin teleportieren. Wir müssen quasi so leicht links darüber. Okay, das kriege ich hin. Desto eher ich losgehe, desto länger haben wir Zeit zum Farmen. Also spritte ich direkt los. Wisst ihr was? Ganz ehrlich. Ich gehe mit meinem Gaul. So oft habe ich jetzt schon gesagt, dass ich eigentlich ja mit dem Pferd viel schneller bin. Also nehmen wir doch das Pferd diesmal. Zum Glück ist es mir noch eingefallen. Nein, ich vergesse immer, dass wir eins haben. Hopp. Und drüber. Perfekt. Boah, guckt euch das an. Das geht ja so viel schneller. Müssen wir nur gucken, wie das mit dem Wasser ist. Schwimmen die? Ich kenne mich nicht aus. Wahrscheinlich schon, ne? Ah, fast 160 Folgen Minecraft. Und keine Ahnung, wie man mit einem Pferd durch Wasser kann. So, ich hoffe, wir kommen hier überhaupt durch. Irgendwie ist das creepy. Irgendwie ist dieser Wald hier immer so ein bisschen creepy. Ich habe immer Angst, da lauert irgendwas auf uns. So. Okay, wir können schwimmen, aber es ist, ähm. Wir können nicht schwimmen. Verdammt. Das ist nicht gut. Doch, oder? Hä? Oh mein Gott, dieses scheiß Mistding. Die habe ich wieder nicht gedacht. Ja, das ist ein bisschen suboptimal hier. Man kann nicht mit einem Pferd schwimmen. Das geht einfach echt unter. Pferd. Kannst du bitte an Land? Okay. Äh, das hat nicht so gut geklappt. Wasser ist also nicht geil. Gut, wir brauchen halt Brücken, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das die smarteste Idee ist, die ich hatte, in diesem Pferd zu reiten. Lärmen ist schneller, aber es ist irgendwie auch gefährlich. So, eigentlich können wir gar nicht mehr so weit weg sein, oder? Ja, perfekt. Wir reiten genau drauf zu. Optimal. Super. Okay, dann würde ich sagen, hier haben wir unseren Krater angefangen. Ich würde dich hier parken. Das Problem ist, du läufst, ne? Weil ich dich nicht festmachen kann, weil ich kein Seil habe. Basiert. Ah, guck mal, hier liegt sogar noch der ganze Mist vom letzten Mal. So. Zack. Und dann. Einmal einfach runter, würde ich sagen. Können wir den ganzen Mist hier einsammeln. Wenn dann schon geschenkt wird, noch vom letzten Mal. Das muss durch irgendeinen Mod kommen, dass die Sachen liegen bleiben. Das ist doch bei Vanilla Minecraft nicht so, dass die Sachen liegen bleiben. Okay. Das ist schlecht. Das war wirklich nicht so geil. Warum ist das alles zusammengebrochen? Ich dachte immer nur das oben drüber. Oh, okay. Scheinbar. Oh Gott, das artet aus. Oh je. Natürlich sind hier überall Höhlen drunter, ist ja klar. Dass ich nicht einfach mal Steine bekomme, sondern gleich wieder ein Höhlen-System. Aber ist egal, wir brauchen die Steine. Von daher ist mir das relativ Wurst. Boah, wir haben ja noch gar nichts. Wir haben ja noch gar nichts. So, ich trinke und fress mir mal was rein. Oder andersrum, besser gesagt. Dann müssen wir schön regenerieren. Dann bauen wir einfach mal ab, würde ich sagen. Oh je. Was mit der Höhle ist natürlich suboptimal. Oh Gott, und es regnet Gravel. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Na du. Na du. Der Soundmod ist eigentlich echt ganz cool. Okay, hier ist tatsächlich Schluss. Soll ich es mal riskieren hier? Einfach mal, wenn wir mal weitermachen. Musst ja spätestens gleich Licht kommen, oder? Oder auch nicht. Okay, die spawnen weiter. So, langsam ist das Inventar voll. Das heißt, der ganze Mist kommt hier rein. Ja, das Eisen. Ja, Eisen will ich schon doch auch mitnehmen. Ansonsten anderen, das brauche ich nicht. Okay, ich nehme das mal noch mit. Und verschwinde hier erstmal wieder. Denn hier ist zu viel Müll, den ich nicht brauche. Einmal bitte alle reinkommen. Danke, danke. Ich brauche das nämlich. Ich habe das hier sehr nötig. Ah, nee. Euch wollte ich eigentlich nicht. Ich will hier Cobblestone. Am liebsten den reinen Cobblestone. Der andere Mist kann mir gestohlen bleiben, ja. Okay, das ging überhaupt nicht auf die Melodie. Vergesst es einfach. Löscht es aus eurem Gedächtnis, was ihr gerade gehört habt. So. Oh, XP. XP, ich nehme mit. XP immer gut. So, den ganzen Mist auch. Was soll der Geiz? Komm. Es ist for free. Da sage ich niemals nie. Das hat sich doch gereimt. Hervorragend. So, auch die Kohle nehme ich gerne entgegen. So, da packe ich dann einfach auch noch Cobblestone rein, so wie hier voll ist. So, das will ich schon doch auch mitnehmen, das Bronzezeug, auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Dann kann ich doch hier direkt schon einen schönen Screenshot machen. Wunderbar. So, dann machen wir einfach hier weiter. So, das ist ja jetzt ein ganz guter Spot, finde ich. Machen wir nicht so wahllos irgendwas kaputt, sondern bauen hier schön nach Systemen einen riesen Krater. Einen schönen eckigen. Finde ich klasse. Und hier gibt es viel Cobblestone, was ich noch viel besser finde. Guck mal, haben wir gleich einen Durchbruch schon. Zieht es euch rein. Kurz regnet schon wieder Sachen hier. Ich habe Angst, gleich lebendig begraben zu werden unter Clay oder ähnlichem. So. Ich glaube gleich ist unser Inventar auch voll. Oh Gott. Moin Jungs. Gerade habe ich nicht so Interesse an der Bekanntschaft. Oh nein, ein Creeper. Oh nein, ein Creeper. Piss dich weg. Ja, explodiere ich. Das macht mir nichts.